Herzlich Willkommen bei meinem Let's Play Dragon's Prophet und ja, wie ihr seht, ich hab noch keinen Charakter, den werden wir uns jetzt erstmal stellen. Wir haben zuhause bei dem Waffenmeister, den Windläufer, das Orakel und den Zauberer. Zauberer sind Arkanemeister der Drachenbeschwörung, die zerstörerischen Elementmächte rufen können, um ihre Gegner zu vernichten. Sie kanalisieren das Urgewebe der Natur, um fungierend Tod auf einem Feind herabregnen zu lassen oder sich durch eine Barriere aus Erde zu schützen. Vielseitigkeit und Voraussicht sind ihre größten Stärken im Kampf. Sie passen ihren Kampfstil an, um die Schwächen ihrer Gegner erbarmungslos auszunutzen. Wo war ich jetzt? Zauberer führen Zauber- und Kampfstäbe, doch ihre wahre Waffe ist ihre unvergessliche Angriffsmagie. Okay. Orakel sind spirituelle Anhänger der Drachendisziplinen, die über große Kampfkraft verfügen und mystische Energie nutzen. Sie folgen treu den Weisungen ihrer Drachenahnen und sterben danach, zur perfekten Verkörperung ihrer Ideale zu werden. Obwohl sie nur leichte Rüstung tragen, verfügen sie dank ihrer magischen Fähigkeiten über eine gute Verteidigung und die Fähigkeit, sich immer wieder zu verjüngen. Orakel führen die gefürchteten Kolossus-Sense oder einen magischen Talisman als Waffe. Windläufer. Windläufer sind außerordentlich gute Schützen, die ihre Feinde bevorzugt aus der Distanz angreifen. Ihre fast schon unheimliche Geschwindigkeit und ihre scharfen Sinne erlauben es ihm, vor den Gegner zurückzuschlagen. Und zwar mit tödlicher Präzision. Durch ihre hervorragende Positionierung und Wendigkeit können sie selbst den zählsten Aggressor besiegen. Windläufer setzen ein Arsenal aus Fernwaffen ein, darunter Schusskling und Bögen. Waffenmeister sind schwere Waffen- und Nahkämpfe, die den Umgang mit einer Vielzahl von Waffen beherrschen. Ihr kühnes Angriffsarsenal umfasst Stoßangriffe und gnadenlose Hiebel, die jeden Gegner überwältigen können. Durch zahlreiche Kämpfe und Schlachten sind sie zäh und widerstandsfähig geworden und trotz unerschrocken den Gefahren der Front. Waffenmeister führen Einhand- oder Zweihandwaffen und können eine Einhandwaffe mit einem Schild ergänzen. Ich würde sagen, ich nehme den Weibläufer in weiblich. So. Passt eigentlich schon. Das sieht eigentlich ganz nett aus, die junge Dame. So haben wir uns hier noch einen perfekten Haar-Style aus, würde ich mal so sagen. Hier, das sieht doch super aus. Style. Ach, du meine Güte. Oh, yeah. Finde ich klasse. Ja, man könnte jetzt hier noch Gesicht, den Kopf noch machen. Die Augenbrauen, Augen, Nase, Mund, Ohren. Warum auch immer man das tun sollte. Ich habe keine Ahnung. Gesamtentwicklung. Nice, nice, nice. Wie nennen wir sie denn? Elf-Friede-Müller. Ach so, Elf-Friede geht noch. Ach so, gut. Dann wollen wir halt Elf-Friede so. Fertigstellen. Mal gucken. Aha! Super, wir haben ja jetzt Elf-Friede. Haha. Finde ich klasse. Bin ich ja jetzt mal gespannt, was dabei rauskommt. Mit Elf-Friede in den Kampf ziehen. Da kann ja nur was Gutes bei rauskommen, würde ich mal so sagen. Wenn die Ladezeiten nicht so lang werden. So eine Wartezeitmusik hätte ich jetzt. Brüchte ich jetzt besser gesagt. Well, all I received in return was shame and disgrace. Erf-Friede. Hey, on your feet. It's good to see, you can still stand on your own. This village is currently under attack by a horde of zombies. Auch sehr nett. Komm, steh auf! Das Torf-Friede von einer Horde Zombies angegriffen. Sieht ja ein bisschen schlampig aus, wie die läuft, oder? Tütütütütütütüt. Oh Gott. Also das Feuer? Boah. Ich hab schon mal bessere in den Spiegel gesehen. Aber gut. Ja, was wollt ihr denn jetzt? Ja, alles. Ja, alles. Ja, alles. Nee, komm. Also das ist, äh, spielt sich erstaunlich gut. Ich hab's ja schon mal angezockt mit einem anderem Charakter. Aber die Zeitläufer ist... Ach, du meine Güte. Ich hab's ja schon mal angezockt mit einem Charakter. Ich hab's ja schon mal angezockt mit einem Charakter. Wie denn? Da mann. Genau. Der hat Eftor Kermens angeklau. Der hat dich vor. Ist das wie ich jetzt tot? Meine Fresse. Die Fiecher sind schon ein bisschen derbe zu töten. Na komm. Die Scheiße. Oh mein Gott. Das war eine Fierce battle. Ich kann sagen, dass du ein Skyhammer-Warrior von deinem Technik bist, selbst wenn du verletzt bist. Ich bin sicher, dass du mich nicht verletzt hast. Ich glaube, dass du deine Erinnerung verletzt hast, wenn du dich verletzt hast. In Wahrheit, ein paar strange Dinge beginnt zu passieren, nachdem du dich verletzt hast. Alle Szenen betrifft dich an dich zu sein. Ich habe ein Geschäft, das in Arboran braucht. Du solltest auf den Boden kommen, was diese Verletzung ist. Seht dich um, und vielleicht findest du ein paar Beispiele. Wir müssen diese innozigen Leute aus der Gefahr. Ich bin sicher, dass du wirst. Ich bin sicher, bis wir wieder treffen. Jawoll! Was kommt jetzt? Läuft. Lass mal hier das Tutorial wegmachen. Bla bla bla. So. Elfriede, wir brauchen dringend eure Hilfe. Helft uns dabei, die Zombies loszuwerden, die von der Invasion noch übrig sind. Und seid vorsichtig. Great Dragons be with you. Elfide. Yes? Hallo Elfide. Euer Ruf eilt euch voraus. Ich bin Mitglied einer Organisation namens Wanderer. Wir möchten euch helfen, schneller von A nach B zu kommen. Und dafür bieten wir einen Dienst namens Ortwechsel an. Um diesen Skill zu lernen, solltet ihr euch registrieren. Begebt euch hierfür zum Transportmeister. Hier in Hellmoth. Er steht nahe der Briefkästen. Dort drüben. Ein... May you never fall. Äh... Äh... Ach so, hier. Neh. Ach hier ist Transportmeister. Da ist er doch. Über den... Über das Transportzentrum könnt ihr schnell von einem Punkt zum anderem reisen. Je weiter der Zielort entfernt ist, desto mehr Gebühren müsst ihr zahlen. Okay. Steht hier. Nach der Registrierung könnt ihr gratis mit dem euren Ortwechsel-Skill hier zurückkehren. Wenn euch dieser Punkt als Ziel für den Ortwechsel nicht mehr gefällt, könnt ihr bei jedem anderen Transportmeister einen neuen registrieren. Na danke, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ja, das ist doch, ähm... Eindruck. So. Helfide. Hier könnt ihr die Charakter... Ah, ja, alles klar. Ja, ja, klar, klar. Ähm... Wie waren wir denn? 15! Eieieiei. Wildheit, Intelligenz, Fokus, Charisma, Drachenmacht. Drachenmacht steigern wir schon mal. Ja, man. Charisma, Stärke ein bisschen, Intelligenz, Fokus. Zwei, drei. Wildheit eins, da eins und da eins. Okay. So, da halt die Elfide doch schon viel mehr. Schön, ich hab grad mal angemacht und bin schon Level 6. Ups. 2. 3.